Ich darf eine Minute alles mit meiner Schwester machen, damit du nicht zu dreckig wirst. Und die Minute startet jetzt. Okay, Feline. Geht das wieder weg. Ab heute heißt es mit Filz statt Feline. Ach du schau. Nein, nein. Ich bin ja so nett. Ich mach das wieder sauber. Oh man, ich wollte noch viel mehr machen. Feline, wo gehst du gleich hin? Zu meiner besten Freundin. Wenn ihr 5000 Mal diesen Emoji kommentiert, darf sie dasselbe bei mir machen. Nur in meine Wand.